Verwendung des Polari auf der Südhalbkugel Die Verwendung des Polari in der südlichen Hemisphäre ist möglich und gar nicht so schwierig. Zwar ist es komplizierter, den südlichen Himmelspol zu finden, da es keinen hellen Polarstern gibt, der ihn markiert, aber das prominente Zeichen des Kreuz des Südens ist der beste Anhaltspunkt, um den Pol zu finden. Verwenden Sie diese Karte aus dem Polari-Handbuch, um den Polari-Tracker auf den Himmels-Südpol auszurichten. Vergessen Sie aber nicht, den Tracker auf die Verwendung auf der Südhalbkugel umzustellen. Dazu schalten Sie einfach die kleinen Nord-Süd-Schalter im Batteriefach um. Der Himmel auf der Südhalbkugel rotiert entgegengesetzt, wie dann auch der Polari. Die Aktivierung des Südhalbkugel-Modus wird am Polari wunderbar angezeigt, indem alle beleuchteten Indikatoren nun grün leuchten.